Wir haben am Anfang das Wort gehört aus Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, Gott der Herr, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Liebe Versammelte, ich möchte dieses Wort aus der Heiligen Schrift in drei Abschnitten mit Ihnen betrachten. Erstens, das Haus aus Steinen. Zweitens, das Haus der lebendigen Gemeinde. Und drittens, das Haus meines persönlichen Lebens. Das Erste ist das Haus aus Steinen. Das, was wir hier alle sehen, ja sogar betasten können, das, was hier materiell sichtbar ist. Wir sind dankbar, und wir haben es ja gehört aus den Berichten, dass Gott vielen Helfern auf dem Bau und auch Helferinnen in der Küche Kraft, Gelingen und Gesundheit geschenkt hat, dieses Beet- und Gemeindehaus fertigzustellen. Außer mittwochs und sonntags, wo wir unsere Versammlungen haben, waren etliche von uns fast Tag für Tag hier auf dem Gelände, um diese Kirche zu errichten. Oft am Feierabend und oft auch den ganzen Samstag. Es ist Gnade des Herrn, dass er Bewahrung in dieser Zeit geschenkt hat. Es gab nur einen mittelschweren Unfall mit Knochenbrüchen in der Hand, der aber noch glimpflich ausging. Auch wurde, soweit ich weiß, kein Baumaterial gestohlen, obwohl das Gelände zeitweise auch immer wieder offen stand. Es wurde auch nichts auf der Baustelle von Außenstehenden beschädigt. Das ist wirklich Bewahrung Gottes, und wir haben immer wieder dafür gedankt. Und Gott hat die nötige Kraft und Gesundheit geschenkt, um das Werk zu Ende zu führen. Nun, da wir ja fast nur am Feierabend arbeiten konnten, hat die Erstellung länger gedauert als gehofft. Es sind fünfeinhalb Jahre und dann noch die Feinheiten, die letzten Monate noch gewesen. Wir wollen uns dafür bei unseren Nachbarn entschuldigen, es sind ja einige heute hier, habe ich gesehen, dass ihr so lange den Baulärm ertragen musstet. Es tut uns wirklich von Herzen leid. Wir wollten das auch nicht, aber es ließ sich nicht ändern, weil es eben ehrenamtlich ein Feierabend ist. Wir haben nur immer wieder punktuell Firmen beauftragt bei Arbeiten, wo wir nicht weiterkamen. Aber nun ist das Gemeindehaus fertig geworden und wir freuen uns über jeden Menschen, der hier die rettende Botschaft von Jesus Christus hört. Das Haus aus Steinen. Das Zweite, das Haus der lebendigen Gemeinde. Kennt ihr einen Eispalast? Die russischen Zaren haben ab und zu Eispaläste errichtet, da wo es so richtig kalt ist. Und das sind so Gebilde, wirklich aus Eisblöcken gebaut, die wunderschön ansehen, sich spiegeln, so regenbogenartig. Aber dann wollte mal jemand drin übernachten, hat gesagt, es ist viel zu kalt, da kann man nicht drin wohnen. Es ist nur ein Gebilde aus Eis. Und auch ein Gebäude aus Steinen ist eigentlich auch nur ein Todeselement. Ich habe kürzlich jemanden getroffen aus einer Kirche in einem Ort, nicht hier in Pforzheim. Die haben gesagt, sie haben hier so eine wunderschöne Kirche, aber sonntags ist die leer. Da kommen nur noch drei Menschen in die Kirche. Das ist doch sehr traurig. Wie können wir dankbar sein, wenn ein Gebäude gefüllt ist mit Menschen? Und eine Kirche, das ist nur ein Steingebäude, aber wenn es gefüllt ist mit Menschen, dann sind wir alle, die wir in Christus sind, das wünsche ich jedem von uns von Herzen, dann sind wir lebendige Steine in diesem Gebäude mit Lobliedern und geistlichem Leben. Wären in einer Kirche keine gläubigen Menschen, dann wäre sie nur wie eine Schale ohne Kern. Ja, es ist eine Gnade des Herrn, dass sich dieses Gebäude vom ersten Tag an mit Menschen gefüllt hat. Wie wir schon gehört haben, war der erste öffentliche Gottesdienst an Heiligabend 2022. Und das sind natürlich die Kirchen auch voll und so war es auch hier sogar überfüllt, gleich am ersten Gottesdienst. Und obwohl wir ja viermal größer den Raum haben, als da, wo wir vorher waren, dort hätten wir es schon gar nicht mehr feiern können, schon auch aus brandschutztechnischen Gründen und so weiter. Aber Gott sei Dank haben wir jetzt diesen Raum, dass wir auch immer wieder Menschen einladen dürfen und Platz für alle ist. Und so freuen wir uns, dass auch an normalen Sonntagen, nicht nur an Heiligabend, dieser Raum auch hier oben gut gefüllt ist mit Menschen jeden Alters, darunter auch viele Kinder und Gäste. Ich habe mal so überlegt, unser Durchschnittsalter, das dürfte so circa bei 30 Jahren liegen in der Gemeinde. Ja, und gerne laden wir auch Sie, liebe Festgäste, herzlich ein, auch wiederzukommen, nicht nur heute zum Tag der offenen Tür. Vielleicht fragen Sie sich, warum feiern wir Einweihung und einen Tag der offenen Tür erst heute? Warum nicht gleich an Weihnachten, da wir ja schon hier uns versammelt hatten? Nun, es war noch nicht alles fertig. Wir hatten zwar die Bauabnahme bekommen, aber es waren noch viele Feinheiten zu erledigen. Vor allem hat eines gefehlt, sogar bis noch vor wenigen Tagen, wenn man den Turm draußen betrachtet, nämlich das Wort des lebendigen Gottes. Jetzt stehen Bibelworte am Gebäude, unten, wenn er reinläuft, im Foyer, außen auf dem Turm und auch hier im Saal. Und darauf möchte ich im dritten Teil, im entscheidenden Teil dieser Botschaft eingehen. Das erste war ja das Haus aus Steinen. Das zweite, das Haus der lebendigen Steine, der lebendigen Gemeinde. Und das dritte, der dritte Punkt ist, das Haus deines und meines persönlichen Lebens. Dein oder so, ich sage ihr, Lebenshaus. Wir sind ja nicht so unpersönlich. Ich darf gerne auch du sagen, wir sind hier unter uns. Freunde, Nachbarn, Geschwister. Und so kann man am Turm draußen lesen, erst seit wenigen Tagen. Wer hat es denn schon gesehen? Darf ich mal fragen am Turm, was da steht? Es ist ziemlich oben, man muss schon mal hochgucken. Ganz oben steht, kurz unter der Spitze, wo vielleicht irgendwann mal Glocken reinkommen, vielleicht in der nächsten Generation. Aber da steht jetzt schon, es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Das ist ein Vers aus dem Propheten Hosea, Kapitel 10, Vers 12. Und daneben, wenn Sie nachher schauen, sehen Sie eine Uhr, auf der ist es 5 vor 12 oder sogar 3 vor 12, wenn man genau hinschaut. Sogar in der Welt reden inzwischen viele Menschen, ich will hier jetzt kein politisches Fass aufmachen, aber reden viele von der letzten Generation, habt ihr vielleicht auch schon gehört. Wenn auch mit anderem Inhalt, als wir Christen das tun. Viele sind in Zukunftspanik, wie wird es in dieser Welt weitergehen. Das wird auch das Thema sein, am Sonntag in einer Woche bei unserem Freiluftgottesdienst im Ensauenpark, wozu wir auch an dieser Stelle schon gern einladen, um 10.30 Uhr, Sonntag in einer Woche im Ensauenpark. Wohin gehen wir? Wohin geht diese Welt? Nun, es ist in der Tat so, so viel möchte ich heute schon sagen, dass wir nicht wissen, wie lange wir noch, wir ganz persönlich, jeder von uns auf der Erde noch leben. Wie viel Zeit Gott uns noch schenkt. Es ist immer Zeit, den Herrn zu suchen. Wir wissen nie, wann unser letzter Tag ist. Ein lieber Bruder kann nicht hier sein, aus unserer Gemeinde. Der hat noch, war es vor einer Woche, hier die Leitung gemacht. Und am Montag früh, als er zur Arbeit fuhr, hatte er einen schweren Fahrradunfall. So schwer, dass er stundenlang operiert werden musste. Eine Rippe ist in die Lungen, in den einen Lungenflügel hineingefahren, sodass dieser Lungenflügel zusammengebrochen ist. Wäre es in das Herz gefahren, bei diesem Unfall innerhalb von Sekunden, wäre er in der Ewigkeit gewesen. Am Sonntag noch hier gestanden, Montag, dieser schwere Unfall. Ich will uns keine Angst machen, aber diese Entscheidung für Gott, die sollten wir wirklich nicht auf die lange Bank schieben. Es ist Zeit, für jeden Menschen den Herrn zu suchen und keine Ausreden zu suchen. Ach, ich habe noch lange Zeit. Das weiß keiner von uns. Und ich sage immer, Christen sind die größten Realisten, denn wir wissen, auf dieser Erde haben wir keine bleibende Städte. Schiebe die Entscheidung für Gott nicht auf die lange Bank. Hier innen im Saal haben wir auf der linken Seite von euch gesehen, den Bibelfers. Jesus Christus spricht, siehe, ich komme bald. Dieser Satz stammt aus dem Buch Offenbarung an Johannes, das letzte Buch der Bibel, Kapitel 22, Vers 7, ganz am Ende der Bibel, leicht zu finden. Was heißt das? Jesus sagt, er kommt bald, er kommt überraschend, er kommt schnell, dann, wenn wir es nicht erwarten. Und auch da wollen und dürfen und sollten wir alle Zeit bereit sein, dem Herrn zu begegnen. dass wir zur Hochzeit des Lammes, von der die Bibel redet, kommen dürfen, gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Wir haben es wunderbar gehört, auch in diesem Anspiel unserer Jugend, dass wir nur dann in den Himmel kommen können, wenn all unsere Schuld, all unsere Sünden vergeben sind, durch das heilige und reine Blut unseres Herrn Jesus Christus. Daran gedenken wir immer wieder beim Abendmahl und das dürfen wir aber auch in unserem Leben erfahren. Ja, ich muss kein schlechtes Gewissen mehr haben. Ich darf alles, was ich falsch gemacht habe im Leben, auf Gott legen. Jesus am Kreuz auf Golgatha hat es getragen. Alle Schuld ist weggetan und durch die Auferstehung von den Toten schenkt der Herr mir ewiges Leben, wenn ich dieses Geschenk im Glauben annehme. Das heißt, wenn ich auf ihn vertraue, im Glauben, in mein Herz schenke. Wie sieht es in Ihrem und meinem persönlichen Leben aus? Sind wir bereit, Gott zu begegnen? Haben wir schon Vergebung unserer Schuld und Sünden erfahren? Jesus Christus lädt alle Menschen ein, wir haben das auch schon gehört, von Neuem geboren zu werden. Nun darf man das nicht falsch verstehen. Wir meinen damit nicht Seelenwanderung oder Reinkarnation, dass man wieder auf die Erde kommt, im Fleisch, also als im Leib, wie fernöstliche Religionen das glauben, sondern als Christen verstehen wir unter Neugeburt, was im Johannes-Evangelium Kapitel 3 steht, wo Jesus zu dem schriftgelehrten Nikodemus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, durch Wasser und Geist, durch den Geist Gottes. Die geistliche Neugeburt erfährt ein Mensch, wenn er betet, Herr Jesus Christus, komme du in mein Herz, wasche mich rein durch dein Blut, schenke mir neues Leben und hilf mir, dir treu nachzufolgen. Nimm alles weg, was nicht von dir ist, was nicht mit deinem heiligen Willen übereinstimmt, alle Sünde und Schuld, alle bösen Gedanken, Worte und Taten und schenke mir ein neues Herz, das nur du uns geben kannst. Vielleicht habt ihr auch als Kinder schon gebetet, ich bin klein, mein Herz, mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das hat meine Oma immer mit mir gebetet und es ist bei mir wahr geworden, mit 18 Jahren habe ich mein Herz wirklich Jesus Christus ganz bewusst geschenkt, habe ein neues Leben bekommen und seither, jetzt bin ich 64 Jahre alt, seither lebe ich mit dem Herrn durch Höhen und Tiefen, hat er mich durchgetragen und viele, die hier sind, können das auch bezeugen. Schön, wenn wir nachher noch ins Gespräch kommen, auch über Glaubensfrage, nicht nur über die Totensteine des Baus, die sind auch wichtig, dass wir eine Hülle haben, wenn es wieder kalt wird hier, aber das Wichtigste ist, dass in deinem Herzen Ordnung ist, dass du gereinigt bist durch Gott, dass dir alle Schuld und Sünde vergeben ist, dass wir ein sinnvolles Leben haben dürfen und wissen, wenn ich heute hier die Augen zumache, dann wache ich bei Jesus Christus auf und darf ihn schauen, den heiligen Gott von Angesicht zu Angesicht. Und so steht auch hier der letzte Vers, den ich jetzt mit uns betrachte, auf der anderen Seite dieses Saals, lasst euch versöhnen mit Gott, 2. Korinther 5, Vers 20. Das ist die Einladung auch heute an jeden, der das noch nicht erlebt hat, die Versöhnung mit Gott. Vielleicht läufst du noch vor Gott davon, aber Gott ruft, das steht es im Buch hier, ob zweimal, vielleicht dreimal, komm zu mir, ich liebe dich, ich möchte dich einladen, damit du ein ganz erneuerter Mensch wirst mit einem erneuerten Herzen, dass du weißt, wozu du überhaupt auf der Erde bist, nämlich der Sinn des Lebens heißt, ich weiß, ich bin von Gott geschaffen, ich diene ihm hier und ich werde einmal bei ihm sein. Der Mensch ohne Gott, der weiß das nicht, der muss versuchen, sich irgendwie künstlich das Leben zu verlängern, was auch immer, aber das funktioniert nicht. Allein im Herrn bekommen wir einen herrlichen Auferstehungsleib, wo kein Leid, keine Krankheit, keine Schmerzen mehr sein werden. Möchtest du das auch haben, dann folge diesem Ruf, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich möchte mit zwei kurzen Geschichten diese kurze Botschaft abschließen. Zunächst auf der Strecke, auf der Bahnstrecke von Stettin nach Berlin. Ich habe es nachgeguckt, da gibt es tatsächlich drei Bahnhöfe mit ganz originellen Namen. Wisst ihr, wie diese drei Bahnhöfe heißen? Es gibt noch mehr, aber diese drei haben ganz originelle Namen. Der eine heißt Herzsprung, der andere Röntgenthal und der dritte Bahnhof heißt Gesundbrunnen. Kennt jemand diese Bahnhöfe? Ja, du kommst aus der Gegend, sie bestätigt. Also der erste Bahnhof, wenn man von Stettin nach Berlin fährt, den wir jetzt nennen, es gibt noch weitere, der heißt Herzsprung. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet, Gott in dir. Vielleicht habt ihr diesen Satz schon mal gehört, sehr bekannt überliefert, aus der Kirchengeschichte. Und so ist tatsächlich, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Vielleicht bist du gejagt durch die ganzen Ereignisse, durch den Krieg, der jetzt ist, durch die ganzen Pandemien und was es alles gab. Aber ich habe erlebt in dieser Zeit, bin völlig geborgen im Herrn, auch wenn man rechts und links nicht mehr viel machen konnte und Sorgen hat, aber der Blick nach oben, den kann uns keiner nehmen. So kommt Ruhe in unser Herz. Durch Gott, durch Jesus Christus. Herzsprung. Das nächste ist der Ort Röntgental. Röntgental. Nun, dort werden wir durchleuchtet, erkennen unser von Natur aus unreines Herz. Die Bibel spricht hier von Sünde und wir merken, dass wir Reinigung brauchen, dass wir Erlösung brauchen, Versöhnung mit Gott. Röntgental. Lass dein Herz durchleuchten von Gott, dann siehst du, es ist nicht alles in Ordnung, gerade wenn man sich so selber für gut hält, aber irgendjemand ehrlich ist, denkt man, ja, ich habe auch doch schon viel falsch gemacht, gelogen, falsche Gedanken gehabt und was auch immer. Und dann gibt es aber den dritten Bahnhof, Gesundbrunnen. Das ist da, wo die Quelle des Heils fließt. Wenn unser Herz vor Gott offenbar wird, wenn es durchleuchtet wird und wir dann zu Jesus Christus kommen, ist er für uns wie ein Gesundbrunnen. Ich habe gerade eine Wanderwoche, Bibelwoche gehalten, in Bad Teinach, ein Badeort, wo viele Brunnen sind, einige sind auch hier von unserer Wanderwoche. Ich freue mich sehr, dass ihr auch gekommen seid. Und da haben wir wirklich viele Brunnen gesehen und der wirkliche Brunnen des Lebens, das Wasser des Lebens, das ist unser Herr Jesus Christus. Er allein kann unser Leben ganz gesund und heil machen. Ich verstehe das jetzt als geistliche Heilung. Er kann auch körperlich heilen, ist nicht unmöglich bei Gott. Aber vor allem diese geistliche Heilung, der Sündenkrankheit, das ist das Wichtigste. Und das geschieht allein durch Jesu Blut. Weil Jesus der einzig heilige und reine Mensch war, der über die Erde gewandelt ist und der doch zugleich der Sohn Gottes ist. Nur deshalb hat er die Kraft, diese Reinheit, die er allein hatte, uns zu schenken. Und er lebt ja in Ewigkeit, sitzt zur rechten Gottes des Vaters. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, wie wir auch im Glaubensbekenntnis immer wieder beten. Jetzt noch auch für die Kinder, zum Schluss auch noch eine Geschichte. Da kommt auch sogar ein Kind vor. Wollen die Kinder heute nicht vergessen. Damit möchte ich dann auch schließen. Ihr kennt sicherlich, wer in den USA war, das Weiße Haus, wo der Präsident ist. Das gibt es schon seit vielen Generationen, dieses Weiße Haus, nicht erst jetzt. So ähnlich wie die Bonersche Villa. Die gab es ja auch schon länger, wie wir gehört haben. Oder den Pfauenhof hier, wo wir gehört haben. Und das Weiße Haus, das steht, ich weiß nicht, wann es gebaut wurde, vor einigen hundert Jahren. Ich durfte zweimal dort sein, aber nur außen. Ja, man kommt da wirklich schwer hinein. Und so ging es auch einem Farmer, einem Landwirt, der ganz enttäuscht war, weil er einfach nicht an den Präsidenten herankam. Er hatte ein wichtiges Anliegen gehabt. Und das wollte er unbedingt dem Präsidenten der USA von Amerika persönlich sagen. Und was hat er getan? Er kam in die Vorzimmer und er wurde abgewimmelt von diesen netten Sekretärinnen und Vorzimmerleuten und was auch immer. Mit diesem Anliegen können wir Sie nicht zum Präsidenten lassen. Dann ging er ganz enttäuscht hinaus, dieser Farmer, und wollte schon aufgeben und sah so traurig aus. Da kam plötzlich ein kleiner Junge auf ihn zu, vor dem Weißen Haus und sagte, lieber Mann, hast du ein Problem? Und er sagte, ja, ich würde so gern dem Präsidenten mein Anliegen vortragen. Dann sagte der Junge, ist kein Problem, komm mit mir. Und tatsächlich, der Junge ging hinein und der Farmer ging mit ihm und es taten sich alle Türen auf. Das erste Vorzimmer, das zweite Vorzimmer, ja, der darf mit hinein. Und so kam dieser kleine Junge mit dem Präsidenten, mit dem Farmer bis zum Präsidenten der USA. Innerhalb von Minuten. War gar kein Problem. Wisst ihr, was das Geheimnis war? Wer weiß es? Dieser kleine Junge war der Sohn des Präsidenten. Der Sohn des Präsidenten. Und so konnte der Farmer zum Präsidenten gelangen und hat sein Anliegen vortragen können. Es wurde ihm geholfen. Es wurde ihm aus einer schwierigen Lage herausgeholfen. Und seht ihr, das ist ein Vergleich, ein Bild für Folgendes. Gott, der Schöpfer, ist der allergrößte Herrscher. Viel größer als alle Präsidenten dieser Welt. Ob von Ost oder West, ob von Nord oder Süd. Er steht über allen Herrschern dieser Erde, auch denen, die jetzt im Krieg sind. Gott steht über allen Herrschern. Das ist ja auch unser Trost als Christen. Gott sei Dank. Und, aber, ja, viele Menschen sagen auch, zu Gott kommen, viel zu groß. Ich bin viel zu klein, zu unbedeutend, zu sündig. Wir können nicht zu Gott kommen. Und wir können tatsächlich aus eigener Kraft nicht zu Gott kommen. Es ist so. Aber seht ihr, genau deshalb hat Gott, der Vater, auch seinen Sohn gesandt. So wie im Bild dieser Junge, der alle Türen geöffnet bekam. Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, gesandt. Und er ist der Zugang zum Vater im Himmel. In Johannes 14, Vers 6, sagt Jesus Christus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, zu Gott im Himmel, außer durch mich, außer durch Jesus Christus. Das ist eine ganz grundlegende Aussage in der Bibel. Es gibt viele solcher Stellen. Das mag vielleicht intolerant liegen, aber es ist die Wahrheit. Und viele von uns haben das erlebt. Und so laden wir ganz herzlich ein, Jesus Christus spricht hier, ich komme bald. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Schiebe es nicht auf die lange Bank. Heute ist der Tag des Heils. Heute darfst du kommen, so wie du bist. Wir sind gerne zum Gespräch bereit. Kommt auf mich und auf andere Brüder und Schwestern zu. Ihr habt ja einige hier vorne schon gesehen. Wir sind gerne zum Gespräch da. Ich möchte jetzt bitten, dass wir uns erheben zum Gebet. Allmächtiger, heiliger Gott und Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, der uns am Kreuz von Golgatha durch sein heiliges Blut alle Schuld und Sünde vergibt, sodass wir Zugang haben zu deinem Himmelreich, allmächtiger Gott. Dafür loben und preisen wir dich. Danke, dass viele dieses gereinigte Leben schon haben dürfen. Schenk doch uns allen auch, dass wir uns einmal bei dir wiedersehen, dass wir dieses Geschenk annehmen, bei dir zu sein. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen. Bitte nehmen Platz. Wir sind jetzt bald am Ende des Gottesdienstes, aber vielleicht am Anfang des neuen Lebens mit dem Herrn. Das ist das Wunderbare. Und so möchten wir jetzt nochmal ein Lied des Jugendchors hören und dann werde ich noch mitteilen, wie es heute weitergeht. Da sind wir bestimmt alle gespannt. Also ist der Jugendchor und dann die Bekanntmachungen und der Segen. Das ist das Wunderbare. Ewigkeit in göttlicher Gestalt hielt es sich fest, dem Wüsten gleich zu sein. Er trössert sich und wurde wie ein Mensch, kam als ein Knecht verhautet am Traum. Das Wort war Fleisch und wurde unter uns. Wir sahen in ihm des Vaters Herrlichkeit. Als doch verlangt, und er die Schuld der Welt dann zu erlösen, die Bekannt gehalten. Wer erniedrigt, wer erniedrigt für sich selbst und war geräusam bis zum Tod, wer wohnt bis zum Tod am Kreuz, wer wohnt bis zum Tod am Kreuz. Der Ruf hat Gott, der Vater in der Rütt, und seinen Namen seinen Sohn verdient, der überall der anderen Namen ist. Das ist dieses Wunderbare. Das ist dieses Wunderbare. Und es ist in deinem Wunder frei, kein anderer Namen, der Jesu bringt, wer hat ihn so des Wüsten glaubt, er wird ein frohes Gott, des Wüsten glaubt, der wird ein frohes Gott, des Wüsten glaubt, des Wüsten glaubt, der wird ein frohes Gott, und nur das Wüsten glaubt. Und auch das Wüsten glaubt, Das ist schon einmal den Wüsten glaubt,